moin leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute mit einer kanalvorstellung einem kanal tipp kann man es auch nennen und zwar haben wir da die lieben oder den lieben momentan alleine shady hg mit nur bischens tipps und tricks ich habe jetzt einfach mal hier den kanal trailer der jetzt die tage raus kam habe ich jetzt einfach mal hier genommen und da werden wir jetzt einfach mal 12 minuten rein gucken dann zeige ich euch den restlichen kanal dann könnt ihr so einen leichten eindruck gewinnen und könnt gucken ist der kanal was für mich und kann ich den vielleicht auch supporten moin leute willkommen zum neuen kanal trailer von loopvision ich habe mir gedacht es wird mal zeit die ganzen projekte die aktuell geplant sind euch mal mitzuteilen oder ein paar neuerungen die auf dem kanal so vorgekommen sind deswegen würde ich sagen wir gehen das ganze mal einfach chronologisch durch also die neuen projekte oder die aktuellen projekte die wir oder ich plane sind immer noch natürlich für arg und da gibt es einiges was mittlerweile auf dem kanal schon zu sehen dass also standardmäßig wird natürlich immer guides news und den actor geben der so ein bisschen podcast mäßig meistens sonntags kommt dazu natürlich aber auch noch einzelne videos wie zum beispiel zu gewissen wie man sie tamed oder auch beispiel die schon mal bei der arg folgen wo wir ja basen von spielern vorstellen die anfänger guide sie kommen ein bisschen unregelmäßiger weil da gibt es halt nicht immer direkt ein thema wo man ein video zu machen kann wie jetzt zum beispiel den arg news und auch den arktalk der immer sonntags kommt die haben ja so ein bisschen regelmäßigkeit drin und natürlich auch die guides so eins bis zwei pro woche dazu gehört natürlich auch dass ihr bei den projekten mitwirken könnt also wenn ihr vorschläge habt wir zum beispiel zeigt nur auf küssel einen wie man eine biene themen kann als bestes dann stop einfach mal an der stelle als ihr seht schon es dreht sich sehr viel um arg momentan auf dem channel kann man den machen so hier haben wir natürlich schön banner hier kann man überall bei den boy vorbeigucken und ihr seht es ist viel arg bisschen pokémon auch dazwischen aber wie er schon gesagt hat in nächster zeit hauptsächlich arg er macht sehr viel arg und ich finde es ist einer der kanäle der wirklich gut sachen erklären kann wenn es um irgendwas geht gerade arg sehr top können kann ich nur weiterempfehlen shady kenne ich so schon seit 2017 2018 haben uns jetzt mal wieder gefunden so ein bisschen über facebook und ja inzwischen ist er auch ganz schön gewachsen genauso wie wir auf erfurt nico und ja wir haben jetzt einfach mal beschlossen wir probieren unser glück und teilen euch gegenseitig die kanäle quasi mit also wenn ihr interesse habt an arg oder falls ihr natürlich bei ihm lust habt auf pokémon oder er bringt dann irgendwas anderes oder ihr könnt ihm auch vorschläge machen dann wird shady nicht sagen nein mache ich nicht genau hier sieht man es auch noch mal momentan haupt themen guides und news schau mal wer da arg arg talk und challengers ja hier sind social medias shady hg und ja genau und früher war das das domino du hallo aber da ist wohl der andere kollege abgesprungen der einzige andere vergleich zu meinem channel ist halt die aufrufzahl plus die videos die sind jetzt bei 400 paar zerquetschte will ich meinen ist auf jeden fall ein kanal der sich lohnt und guckt da einfach mal rum lasst dem jungen bisschen liebe da und wenn euch das video gefallen hat lasst mir gerne ein ein like und ein abo da und wie ich meine bis zum nächsten mal leute tschüss tschüss